Hallo liebe Eltern der Kita Harburger Berge. Heute möchte ich euch ein kleines Experiment zeigen, mit dem ihr euren Kindern vereinfacht erklären könnt, warum es sehr wichtig ist, sich die Hände zu waschen. Hierzu benötigt man lediglich eine Schüssel, etwas handelsüblichen Pfeffer, klares Wasser und Seife. Wir beginnen damit, das Wasser in die Schüssel zu füllen. Und verstreuen anschließend den Pfeffer auf der Wasseroberfläche. Hierbei steht der Pfeffer für sämtliche Viren und Bakterien. Das Kind hat nun die Gelegenheit mit seinem Zeigefinger in das Wasser zu fassen und zu schauen, was passiert. Es passiert nicht viel, einige Viren und Bakterien bleiben am Finger haften. Im zweiten Teil benutzt man etwas Seife und wascht sich natürlich, wie es sich gehört, ordentlich die Hände. Nun wird wieder der Zeigefinger ins Wasser gesteckt und es wird beobachtet, was passiert. Sämtliche Viren und Bakterien nehmen Reis aus. Viel Spaß beim Ausprobieren.